Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Seit langem mal wieder ein Video zum Thema Premiere Pro. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Sequenz so ein bisschen surreal ausgestalten könnt mit einem einfachen Filter. Ich habe jetzt hier mal ein Clip aus einem Video Rufus Sightings. Und wenn ich den laufen lasse, dann seht ihr, dass das Bild so ein bisschen ruckelt. Und mit einer Suspensmusik dabei wirkt das Ganze also ziemlich gruselig und wie im Traum. Ja und ohne diesen Effekt sieht es aus aus der Kamera ziemlich weich und ganz normal. Und diesen gruseligen Effekt kann ich verschärfen, indem ich einfach quasi das Bild ruckeln lasse. Und dieses Ruckeln kriege ich hin mit einem Filter. Der heißt dann Zeit-Trennung. Hier ist er schon unter Video-Effekte. Und diesen Filter kann ich jetzt zum Beispiel auch mal hier in meinen Ordner Lieblingseffekte tun. Und habe den dann schon mal unter meinen Lieblingseffekten. Ja und dann ziehe ich ihn einfach auf diesen Clip drauf. Das ist hier bei mir der obere Clip. Und dann taucht er hier auf. Und ich kann jetzt also hier die Frame Rate einstellen. Das ist also gefilmt mit 24 Bildern pro Sekunde. Und ich habe jetzt hier durch Sprung probieren herausgefunden, dass also bei 11 Bildern pro Sekunde das Ganze ziemlich cool aussieht. Da muss ich so zwei, drei Anläufe nehmen. Und schon ist das Ganze hier mit entsprechender Musik so richtig schön gruselig wie in einem Traum. Und ja, in After Effects gibt es eine Expressions dafür. Die nennt sich Posterize Time. Wird auch sehr oft gebraucht dann bei After Effects, wenn man Animationen baut. Und hier in Premiere kann man das also simulieren durch diesen Filter Zeit-Trennung. Das war mein kurzes Video für heute zum Thema Premiere Pro. Kurz und knackig. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Abonniert am